Gönnen Sie Ihren wertvollen Messern ein angemessenes Zuhause. Im Universalmesserblock von Tokyo Kitchenware sind Sie bestens aufgehoben. Der Block selbst besteht aus massivem, edlem Buchenholz. Im Inneren nimmt ein flexibler Borsteneinsatz die Klingen auf. Zum Reinigen lässt sich dieser problemlos aus dem Holzblock herausholen. Die Borsten bestehen aus wasserabweisenden Kunststofffasern, die die Klingen schonen und nicht stumpf machen. Reinigen lässt sich der Einsatz ganz einfach unter fließendem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Egal ob Keramik, Damast oder andere Messer, der Messerblock von Tokyo Kitchenware beherbergt Sie alle sicher, schonend und sieht dabei noch gut aus. Also nicht warten, kaufen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017